... Gut, dann bleibe ich hier und ich bleibe sowieso hier, weil ich sitze gerade schon so schön. Da will ich jetzt nicht nochmal aufstehen. Es ist so schön gemütlich hier auf dem Stuhl. Wer versteht jemand was auf Russisch? Okay. Wenn nicht, wir übersetzen auch immer. Simultan. Also, keiner geht hier raus, ohne etwas verstanden zu haben. Oder auch nicht. Aber ja, ihr werdet heute viel Russisches hören. Und natürlich auch auf Deutsch und in anderen Sprachen. Mal sehen. Das heißt, wir sind Brigade Schnick. Nein, ich bin Schnick. Warte, warte, nein. Nochmal. Wir sind Brigade Schnick. Schnack. Ja, Schnack, aber ich bin ja nicht Schnack. Also, warte mal. Also, wir haben den Namen erst seit kurzem. Deswegen gibt es noch, warte mal. Es gibt Schnick und Schnack. Und ich dachte eigentlich, ich bin Schnick und du bist Schnack, oder? Ja, ich bin Schnick und du bist Schnack, oder? Du denkst immer, dass du Schnick bist, aber wir haben ja den Namen erst seit einer Woche oder zwei oder drei. Ich weiß es gar nicht. Also, ich finde doch eher, ich sehe aus wie Schnick, oder? Na, was? Also, schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Was war das jetzt eigentlich? Okay, wir sind Brigade. Schnick. Schnack. Schnuck. Mein Name ist Anton. Das ist der Anton und das ist, äh, und ich bin die Franziska. Schnick. Schnick, schnack. Schnick, schnack. Nun, schnack. Genau. Fangen wir an. Ja. Wir haben euch heute etwas mitgebracht. Eine schöne Geschichte. Weil jetzt bald der Herbst kommt, haben wir gedacht, wir kriegen so ein bisschen Frühlingsgefühle schon. Und freuen uns schon auf den Osterhasen. Und deswegen haben wir für euch heute mitgebracht, Conny und der Osterhase. Conny und der Osterhase. Ui, vielleicht die erste Seite überblättert. Guck mal da, der Osterhase. Oh, посмотри. Gоворit paschalny зайчик. Sagt Papa. Нет, говорит Papa. Und zeigt zum Fliederbusch. И показывает нам вкус Sirene. Conny glaubt eigentlich nicht mehr an den Osterhasen. Ну, Conny не верит в paschalных зайчиков. Aber sehen will sie ihn doch. Но она хочет его все равно увидеть. Sie läuft schnell hin. Oh, my God. Leider hoppelt der Hase weg. Schade. Was ist das? War das jetzt nicht gut, was wir da gerade gemacht haben? War es nicht gut? Also, ja gut. Aber dann gleich das Licht auszumachen, ist vielleicht doch nicht so gut. Also, ich meine... Можно включить цвет, пожалуйста? Kann wir bitte mal ein Licht haben? Ein bisschen, weil es wäre ja auch... Also, ihr seid ja jetzt extra hierher gekommen, um uns zu sehen. Das wäre ja schade, wenn... Was ist eigentlich los? Was ist das? Das Krokodil hat die Sonne verschlägt. Und jetzt ist es kalt und dunkel und keiner sieht mehr etwas. Was machen wir denn jetzt, wenn das Krokodil die Sonne verschluckt hat? Eis essen? Wirklich? Jetzt? Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Schlafen? Nein, 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 nein. Wir müssen die Sonne zurückkriegen, oder? Es ist doch im Magen des Krokodils, oder? Dann начнем. Okay, fangen wir an und suchen die Sonne. Wir erzählen euch nämlich heute nicht die Geschichte von Korni, nein. Es ist die Geschichte, die gestohlene Sonne von Korni Tschukowski. Und wir fangen mal an. 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 Wenn wirakan mal an. Jetzt sind wir alle zusammen! Es ist ein Wölk. Wir sind alle Wölf. Ok. Ich glaube, ich kann nur wie ein Atter. Es ist ein Wölk, wie ich mache, richtig? Es ist auch ein Wölk. Es waren Wölk. Nein! 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 Es waren ganz viele Wölk. Es waren ganz viele Wölk überall. Und jetzt steht euch vor, genau, die haben alle Eul. Au! Au! Rana, Rana, zwa Barana zastõesse le lifecycle Paratã – Tr Nadat Santa – Zwei Schafe, noch verschlafen, klopfen früh am Morgen an – Tr Nadata, Tr Nadat Date – Rana, Rana, zwa Barana zastõesse le lifecycle Paratã – Tr Nadat Santa – Tr Att Radata – Und zwei Schafe noch verschlafen, klopfen früh am Morgen an. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ey, вы звери, выходите, крокодила победите, чтобы жадный крокодил солнце в небо воротил. Ey, ihr Tiere rausgestiegen, geht das Krokodil besiegen, dass es uns die Sonne gibt, wenn es uns auch nicht beliebt. Но мы можем не бояться, где нам все таким сражаться. Он не грозит и зубаст, он нам солнце не отдаст. Допт зиттерн ohne Маасен, mit dem Kerl ist nichts zu spaßen. Der hat Zähne spitz und dick, gebt uns nicht die Sonne zurück. И бегут они к медведю, к берлогу, выходи-ка ты медведь на подмогу. Полна лапу тебе, лодырю сосать, надо солнышко идти, выручать. Und sie laufen in die Höhle zum Bären. Bär, komm raus! Du musst uns Hilfe gewähren. Лиworth к медведь каршнадоруял? В последних engineх подмогу. Божий колл баранов' до recordу. Und das Moor wartet er voller Zagen, und er weint, und er heult in dem Moor. Seine Bärchen lockt er klagt hervor. Seine Bärchen lockt er klagt hervor. Und im Moor tappt die Bären herum, sucht die Bärchen mit Gebrunnen. Wo seid ihr denn verloren gegangen? Haben euch vielleicht die Hunde gefangen? Haben euch im Dunkeln überfallen? Oder seid ihr in den Graben gefallen? Und die Sucht in den dunkelsten Gründen. Doch die Bärchen sind nütz zu finden. Nur die Eulen, ein pinsternd Hand, setzen reglos und glaszen sie an. Und die Bärchen sind nütz zu finden. Und die Bärchen sind nütz zu finden. Oder seid ihr in den Brechen? Oder scheine Bärchen sind nütz zu finden? Wo mraken? Kuda? 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 Wo seid ihr? Kuda? Kuda? Wo seid ihr? Kuda? Kuda? Wo seid ihr? Kuda? Wo seid ihr? Kuda? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr alle? Wo seid ihr? 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 Trat die Häsen da nach vorn, sprach zum Bären voller Zorn, Alter, lass doch das Geplär, bist kein Hase, bist ein Bär, nimm dich doch zusammen, Brauner, pack das Krokodil den Gauner, schlage tot den bösen Drachen, reiß die Sonne aus dem Rachen, dass sie über Flur und Haien wieder hell am Himmel scheinen. Und dann kommen viel Geschwinder deine tollpatschigen Kinder ganz von selbst vor deine Tür. Großpapa, wir sind schon hier. Drei 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 Und die Medvede sagte, dass sie nicht zahe, sondern die Medvede. Du gehst, wie ein Krokodil, und schraubst ihn. Gehe den Krokodil, und schraubst ihn, und schraubst ihn. Und wenn er wieder auf dem Nieden wird, dann die Teile Teile, die Medvede, die Tolstopäte, sie kommen zu Hause, und schraubst ihn. Hallo, Died, wir hier! Der Bär 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 Oh, halt, halt! Hast du noch nicht genug? Alles gut. Und es krechzte und ließ die Sonne rollen aus dem Maul, dem Vollen. Und es war ringsum die Welt, von dem Sonnenlicht erhellt. Blauer Himmel, goldener Strahl, seid gegrüßt vieltausendmal. Blauer Himmel, goldener Strahl, seid gegrüßt vieltausendmal. Und die Vöglein sangen, flogen Mücken fangen und die Hasen auf dem Rasen purzelten und sprangen. Sieh die Bärchen, Zottelpelzchen, laufen wie vergnügte Kätzchen. Auf ihr tollpatschigen Tätzchen zu dem Opa vor der Tür. Großpapa! Wir sind schon hier. Hier, hier, hier. Hallo! Hallo! Hallo, hallo? Freude herrscht bei allen Tieren, alle Kinder jubilieren. Den Bereng umarmen sie jetzt. Hab Dank für die Sonne, Majester Petz. Großpapa, uapapa Großpapa, Papa, 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 wir sind schon hier Здравствуй, дедушка, мы тут Großpapa, Papa, 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 wir sind schon hier Großpapa, uapapa, Papa, wir sind schon hier Großpapa, Papa, Papa, wir sind schon hier Großpapa, uapapa, wir sind schon hier Du hast keine Kaze, keine? Geh, 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 geh 1, 2, 3 Hey! 1, 2, 3 Wir sind schon hier Großpapa, uapapa, wir sind schon hier Großpapa, uapapa, wir sind schon hier Du, tu, tu, tu tri, tu, 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 du, tu, 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 tu bak prosecution A-pa-pa-pa-pa-ra, tu-tu-tu. Здравствуй, дедушка, мы тут. Здравствуй, дедушка, мы тут. Мы тут. Тут, 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 тут. Спасибо. 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 Kommt wieder, wenn ihr wollt. Oder sagt es weiter, wenn ihr wollt. Dankeschön. Vielen Dank.